So ändern Sie die Druckeinstellungen unter Windows 10. Dieses Video zeigt, wie Sie die Druckeinstellungen für ein einzelnes Dokument ändern und wie Sie die Standard-Druckeinstellungen für alle Druckaufträge unter Windows 10 ändern. Führen Sie diese Schritte aus, wenn Sie ein einzelnes Dokument drucken und die Druckeinstellungen für diesen einzelnen Druckauftrag ändern möchten. Öffnen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten. Klicken Sie auf Datei und dann auf Drucken. Klicken Sie je nach angezeigter Option für die Anwendung auf Eigenschaften, Druckereigenschaften oder Einstellungen. Sie können den Papiertyp, die Druckqualität, das Papierformat, das Layout und andere Druckeinstellungen für diesen Druckauftrag ändern. Nachdem Sie die Einstellungen angepasst haben, klicken Sie auf OK. Sie können Ihr Dokument jetzt mit den gewählten Einstellungen drucken, die nur für den aktuellen Druckauftrag gelten. Sie können auch die Druckeinstellungen für alle zukünftigen Druckaufträge ändern. Geben Sie in der Suchleiste Drucker ein und klicken Sie in der Ergebnisliste auf Drucker und Scanner. Klicken Sie auf den Drucker, für den Sie die Standard-Druckeinstellungen ändern möchten. Klicken Sie auf Verwalten. Klicken Sie auf Druckeinstellungen. Sie können jetzt die Standardeinstellungen des Druckers ändern, darunter Papiergröße, Papiertyp, beidseitiges Drucken, Druckqualität, Drucklayout und andere Optionen. Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK. Ihr Drucker wendet diese neuen Einstellungen jetzt standardmäßig auf alle zukünftigen Dokument-Druckaufträge an. Klicken Sie auf die Registerkarte mit den Playlists in YouTube, um HP-Videos in anderen Sprachen zu finden. Suchen Sie auch in unserem Kanal nach offiziellen HP-Support-Videos. Klicken Sie auf den Kanal nach offiziellen HP-Support-Videos.